Die Universität Erlangen-Nürnberg hat inzwischen rund 40.000 Studentinnen und Studenten. Sie ist enorm gewachsen, zeigt auch, wie attraktiv sie für die junge Generation ist. Wir wollen sie weiter ausbauen. Dazu müssen neue Hörsäle gebaut werden. Es ist jetzt gerade das neue Chemikum fertig. Der zweite Bauabschnitt soll bald folgen. Es wird in neue Forschungsgebäude in der Technischen Fakultät investiert. Gleichzeitig wird auch das Uniklinikum mit der Medizinischen Fakultät weiter ausgebaut. Das hat nicht nur einen Vorteil für Medizinstudenten, sondern ist gleichzeitig auch gut für die Patientenversorgung. Insgesamt gibt der Freistaat zurzeit etwa 1,3 Milliarden Euro pro Jahr allein für die Universität Erlangen-Nürnberg aus. Das ist schon eine gigantische Summe und zeigt, wie wichtig uns in Bayern gerade auch die Erlanger Universität ist.